Nein, die hören wir jetzt los. Ich will das alles für eine Herztransplantation vorbereiten. Wir sind beide abends los. Und wir haben ein kleines Rind zu Hause. Ja, trotzdem sollte ich einen Personalausweis haben von Ihnen. Können Sie nicht einmal noch ein Auge zudrücken? Ich verspreche Ihnen, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es ist das letzte Mal gewesen. Hören Sie, wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann muss ich Sie leise verzeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.